So Jungs! Hallo Formel 1 Fans und willkommen zum letzten Liga Rennen Highlight Video der MXL in der Saison 2021-2022 und auch zum letzten Video von F21.21, denn wir sind ja alle schon mittlerweile auf F1.22 gespannt. Mit dabei mein Konstrukteurs-Weltmeister-Team-Mate Knitty und Chefstratege Dr. Rush ist auch nochmal am Start. Ja, servus, hi. Ja, ihr werdet euch wahrscheinlich wundern, hoppala Mike, was ist denn da passiert? Huch, ja, ich habe mich ein bisschen verkalkuliert, ich habe die Runde nicht so optimal getroffen, wie ich sie hätte treffen sollen. Knitty hat mich besiegt, ist auf der 8 und Saske der Vize-Champion auf der 2. Es soll alles trocken bleiben, meine Qualifikationsrunde, die seht ihr. Hier. Ich würde die Runde noch durchziehen, hätte ich. Ja. 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 aber passt. Aber da kommt noch einiges hinter dir. Die einzige Medium zahlt, die du gesetzt hast. Sonst alle auf Rot. Okay, Zehnter. Äh, äh. Ach du Scheiße. Was ist denn hier passiert? So, jetzt habt ihr die Qualifikationsrunde ja gesehen und ich wollte einfach nochmal für die gesamte Saison nochmal Dankeschön sagen. An alle meine Renningenieuren, Chibi, Hunzel, Dr. Rush, Dankeschön für die ganzen Ratschläge, die ihr mir gegeben habt und danke auch an Kitty fürs wirklich permanente Punkte reinholen. Nur mit dir habe ich es zur KWM geschafft. Also, guter Mann. Gerne. Kappa. Ja, Lucky stand schon wieder. Und ich war's nicht. So, Jungs. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nicht zu hell. Ah, du Scheiße. Oh, Alter, hier hast du ja gar keinen Grip. Eieieiei. Schreibst du alles mit, Andy? Naja, schon dabei. Wunderbar. Oh, Kapo, nein, 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 oh, Kapo. Okay, daran erkenne ich, dass der Stream ungefähr zwei Sekunden Verzögerung hat. Okay. Du holst nach vorne auf den Spurri auf. So soll es ja auch sein. So, Lord Spiti, stelle ich drauf ein. Ja, aber dran erinnern, der Spukige, der kann sich breit machen, als ob er einen 40-Tonner-Fahrer hat. Excuse me, what the fuck? Das werden wir gleich sehen. Was? Ich konnte das Lachen von ihm gerade ganz genau nachvollziehen. Saske in der Box. Flügel-Schaden? Fragezeichen? Ja, noch Flügel gewechselt. Oh, Mann. Schade für ihn. Gerade gestern war er auch schon nach einem Rennen auf 180. Ja, okay. 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 Bessere Linie, Mike. Viel bessere Linie. Sehr schön. Hallo da. Hey, Spuki. Okay, du willst fighten? TK anst du haben. Pace sieht aktuell gut aus. Geht die erste Verwarnung in Slash-Strafen? Nein, null. Okay, ich habe eine Verwarnung. Jetzt habe ich eine Verwarnung. Oh, tut mir leid. Nicht vom Teufel reden. Ach, halt doch die Schnauze. Alles klar, geht klar. Oha, wie kommst du denn da jetzt an die Flora angefühlt? Ja. Ein klein bisschen, ihr erster Wendet. Ein klein bisschen. Ich glaube, es war der Reifen, gehen einfach jetzt in die Knie. Ja, aber so extrem. Was hat mich gerade gewonnen? Könnte auch vielleicht mit dem Reifendruck von ihm zusammenhängen. Wer weiß. Möglich. Nee, es wundert mich halt nur, weil es konstant ist, jetzt gerade bei ihm. In jeder Kurve verliert er auf dich. Und zwar deutlich. Oder? Ja, aber er bleibt mit DRS dran. Ja, warten wir mal, wie sich das jetzt da über den Sektor auswirkt. Ja, der quasi gefeuerte Jeff meldet sich nochmal. Was wäre es, das willst du? Komm, mach den Kopf zu. Okay, copy that. Ohohohohohohohohohohov. ok christ blinkt wie eine 90er jahre technoparty der so ungefähr und schrie die hast du gleich auf den nächsten kunden gerade eben war geld was war das auch hier der mark nee das waren über so dass rundung ja wo sich keine ahnung jetzt rein macht das sehr schön sehr schön war fast fast okay plati verdrein so krisi jetzt habe ich dich so ich lasse den platz bisher kein vsc und auch kein safety k das würde mich nicht wundern wenn er heute keins bekommt hat sich eigentlich alles relativ eingependelt genauso wie gestern in der one wo ich ja als ersatz war am start war auch gar nichts ich habe mich gewundert es hat mich wirklich gewonnen mich auch kannst du gerade kurz bevor die die box rein rollt sagen was die prognose sagt oder rauskommt keine ahnung weiß ich jetzt nicht was das da wurde die reifen aus auswählen ja schön jetzt hätte ich vielleicht ja kein problem kann probieren dass sich das sehen wir jetzt er muss ehrlich sein ich habe da auch bisschen zeit war ich weiß gar nicht wie wir kam h ich reingefahren wenden ich denke mal so um schräge wüsste rauskommen so pixel ich erkenne gar nichts auf der karte bei dir vor ihm sogar vierter trotz fehler in der box also aktuell keine angriff aber saske muss anscheinend die ganze zeit der ist auspumpen vorne zu bleiben hier hast du gleich beide ohne probleme ich hätte nicht gedacht dass ich jetzt überhaupt der es habe optiksträubt was das gab und wir schauen ja nein vielleicht das sehen wir jetzt ich glaube dass das garten als und zwar richtig so wie fast der story 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 ich lasse es sogar vorbei tut mir leid zu spät gebremst passiert sorry das geht ich bin mir nicht sicher ob saske irgendeinen schaden nähe optisch sieht der fliegel von ihm noch gut aus und er fällt gewaltig zurück ich sehe was er machen wollte gibt's nicht gibt's nicht so nächstes ziel 4,1 sekunden lucas bladdy ist raus oder ein safety car oh jetzt sehe ich es im stream ja das kommt überraschend interessant aber ist doch schön dass der bern zum saisonfinale was zu tun bekommt aber mich interessiert was ist mit bladdy passiert weggerutscht und an der stelle ich würde box oder frisches aufs gehen guck mal da freut er sich ja erleben wir noch mal eine richtig geiles finale schade dass du ausgeschehen bist sehr schade hast du auf der karte gesehen wo das war ja das war da wo schubach abgeflogen ist miese stelle wenn da irgendwas schief geht ist direkt kaputt jetzt wird gerade eben wieder das delta für ganz kurze zeit angezeigt habe das gesehen ich zeige dir mir andauernd dann das delta das geht mir so auf den sack ey wirklich f1 2021 das spiel das immer nur gibt und gibt und gibt immer wieder was neues ne es nimmt auch es raubt mir den letzten nerv ja absolut ja also fingers crossed für f1 22 herrschaften noch ein paar wochen dann ist es soweit heute der 9 mai kam ja das nächste gameplay raus und das war vielversprechend man kann die einführungsrunde einfach in anführungszeichen fahren lassen auch in die box kannst du fahren lassen okay das geile ist sascha roos ist mir dabei und ich mag den typen außer optik sind ja auch alles auf frischen soft 2 das hätte mich jetzt auch überrascht ob wir auch reinfahren können und sich die soften kreien können ja dann wäre noch mal weiter hinten der hofft jetzt dass er damit p3 verteidigt ist dieselbe situation wie per lukas noch der will der hat der hat sie im blick der wild versuchen aber es wird nicht aufgehen was alles klar wahrscheinlich was los so flieger kommt rein naja und ach so da war das so spät ist doch in diesem sinne doch noch code masters ganz ehrlich ihr könnt doch nicht so spät dann sagen in der letzten kurve ja wir schicken das heftige kammer rein was denn mit beginn des zweiten sektors wir haben doch keine wir haben doch keine zeit ja stimmt wir haben nur zwei runden schnell 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 den kriegst du jetzt ja den habe ich er blinkt schon jawohl nice wenn man sieht lukas ball hat normales raus er will im ds fenster bleiben ja und wer kann dann noch positionen gut machen aber mit den strafen nützt das alles nicht mehr naja so lukas wird raus wollen das heißt warte mal christ kann auf platz 2 kommen das merke ich jetzt erst schräge wird platz 2 was wir bekloppt da kommt wer jetzt platz 3 jetzt weiß ich jetzt nicht aber wer jetzt gleich erfahren ich stippe auf der position sieben mit den ganzen zeit hinter dir haben wir 353 und nochmal 5 sekunden aktuell lucky auf p3 oh man das wäre wohl die sensation aber ich gönn's ihm auch sehr schön kriegt die sehr schön so final lap of the season genießen wir noch mal die sechs kilometer schön gemacht schrägisch schön schön chris alter richtig guter mate ja hast ja ich verdient saske wollte mit der brechstange vorbei hat er schön gegen schön schön hast du das ist gemeint ich dachte mir reden vom platz 2 also das auch das war gerade on stream wie saske in der ersten kurve sich vorbeischieben wollte mit der brechstange hat er schön gegen keine chance für die beiden die sagte beide einmal links rum und dann hat das schön gemacht ja geil was für ein rennen 11 auf sieg optimal sehe da gab sie geil so und ja chris auf zwei und lukas doch noch auf drei die doch eine zeitstrafe hatte lucky ja ich würde sagen hat dann hat sich zeitstrafe ich hatte zeitstunden bis auf zehn naja top 10 super ok schlags hat mir noch die schnellste runde mitgenommen dieser schlinge sehr schön gemacht sehr schön ja also leute wenn ich jemals saudi arabien fahrt vertraut mir fangt mit mediums an egal wo ihr seid fangt mit mediums an und dann zur runde 15 16 dann haut ihr euch die soften drauf glaubt mir es funktioniert ez mike ja danke kitty auch noch mal danke fürs punkte so liebe freunde da haben wir das endresultat vom letzten saison rennen in saudi arabien meine wenigkeit gewinnt vor chris herzlichen glückwunsch made hast du echt verdient und lukas und dann saske florikopter lucky super ergebnis jelka your optics schlags und mein teammate hat da wirklich gut gemacht dann kapo sehr mutter lag quatsch spucki knusper hohen und heißen brett gehen mit punkte nach hause mcgill tomahawk bloody und tibur leider nicht ja liebe leute und zwar habe ich zum abschluss der saison noch eine kleine frage ich tendiere dazu mit diesen mxl liga renn highlight videos weiterzumachen und hätte ganz gern mal eure meinung was soll da rein fehlt da irgendwas dankeschön fürs einschalten bis dann und tschüss abonniere auf am 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 am